Hallo und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town. Sagt mal alle Hallo. Hallo. Moin. Ich bin Mila. Wie ihr hört, der Teamspeak ist recht voll. Wir sind zu siebt, tendenziell zu acht. Wieder mit dabei der Krian und der Jagomo, die Standardverdächtigen, TheGarg, Teddy. Eigentlich Marvin auch noch, der kommt später wieder, der ist nur gerade was zu futtern fassen. Mit dabei auch wieder Blankwolf und ganz neu mit im Dingens hier Mila Kuban. Kuban, bitte. Hallihallo. Also ich rufle uns jetzt im Kopf, oder wie? Mischa ist auch da und der Alex ist da. Ja, ich werde wieder vergessen. Oh. Ja, naja, natürlich. Nur weil ich Traitor bin. Ja, eben. Ah, gestemmt. Das war schon nach der Zeit. Eno. Ja, nichts passiert. Mischa Traitor confirmed. Teddy und ich sind eingesperrt und ich habe keine Waffe, das ist irgendwie uncool. Wieso hast du eigentlich eingesperrt? Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Pistole, weil wir zusammen in einem Loch sind und äh... Achtung. Yay. Teddy, bist du unschuldig? Ja. Also, der gute Blankwolf kommt noch nach. Teddy, du musst mich jetzt beschützen. Okay. Der Alex läuft sehr vertrauenswürdig hoch zu dem... Nein, ich habe das Fass zerstört. Das ist ein ganz normales Fass, das kannst du einfach zerstören. Der Ghostly kämpft da hinten in der Ecke und schießt gerade auf den Alex. Ich glaube, der Ghostly ist böse. Ich habe ihn genau gesehen. Ich glaube eher, das ist die Rache für die Vorbereitungsrunden. Nein, das war eher... Ich versuche, ob das Glas da oben kaputt gehen kann. Hier geht man ins Runden an. Oh, da hat jemand gesilenced. Da hat jemand gesilenced. Da oben ist Garg. Ja. Ah! Jaco, lebst du noch? Ah, Garg, schießt auf mich! Jetzt nicht mehr. Hast du getötet? Ja. Haha. Sehr gut. So, hier liegt noch wer. Na, Jaco müsste tot sein. Na los, wir spielen noch ein bisschen. Ah, Teddy ist es. Ghostly ist tot. Oh, da oben. Das bist doch du, oder? Der hier bei der Leiche steht, das bin ich. Ich habe hier ein Clocking-Device gehört. Da ist Krian, da oben. Hier oben ist irgendwo ein Clocking-Device. Da oben ist Mischa. Mischa war aber nicht unsichtbar, ich habe ihn gesehen. Außer ich irme mich gerade extrem. War es nicht. Ich kam von unten. Ich habe irgendwo hier auf der Seite auf jeden Fall ein Clocking-Device gehört. Das müsste echt Teddy gewesen sein. Jaco ist eigentlich auch tot. Zumindest ist er ruhig da hinten. Oh, oh, ich habe sie da gehört. Wow. Da hinten ist Teddy drin. Da ist gerade irgendwer gestorben, glaube ich. Ja, da war es wieder. Ich vertraue dir jetzt mal. Rechts von uns. Wer hat da geläftet? Ich nicht. Na, wer hat da geläftet? Und warum? Ich war kurz raus. Ich wollte ihn noch nicht reinziehen, wenn wir mitten in der Runde sind. Okay. Wir können zurück mal, wenn wir nehmen. Ja, danke. Hallo. Ich war in der Zelle und habe ca. vier Leute getötet. Ja, ich habe ja gewusst, dass du es bist. Ich habe ja nur nicht gefunden. Und? Ich habe ja schon geguckt, wo die ganzen sind. Genau. Genau. Detektiv. Detektiv. Oh, cool. Troller. Nein. Nein. Was kann der Detektiv denn eigentlich alles so machen? Ich will gerade mal gucken. Was kann ich denn schönes kaufen? Das weiß ich zufällig. Der kann nachstellen, wie jemand gestorben ist zum Beispiel. Die Heal Station haben wir drin. Kann es sein, dass die Türen nicht funktionieren? Ja, irgendwie. Ja, ich komme auch irgendwie nicht weg. Das wird jetzt auch irgendwie nicht mehr weg. Achtung. Tür. Okay, was in der Mitte ist kaputt. Kann man die Türen irgendwie kaputt machen? Nein. Ey, die wollte ich haben, Penner. Oh, da oben gibt es Munition, oder? Was wir vielleicht auch machen sollten, ist dem Detektiv in den Runden ein bisschen mehr Rechte einteilen. Heißt? Weil er ist ja quasi der Eintritt, der auf jeden Fall Proven Inno ist. Das heißt, wenn der Detektiv sagt, ich hätte gerne die Shotgun oder die Waffe, dann kriegt er die auch. Nein, finde ich nicht. Finde ich nicht gut. Willst du es weglassen? Nein, können wir gerne machen. Nee, das müssen wir jetzt in den Raum stellen. Nee, finde ich in Ordnung. Also ich würde dem Detektiv auch mehr Rechte geben. Wow, wow! Das war Ghostly, 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 Ghostly. Nein, 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 nein. Wo ist er? Wow. Äh. Der ich da oben drinne? Ja. Traitor, drück mal ganz kurz das rote Händchen, bitte. Kann er nicht. Alter, Jacko muss auch drin. Jacko muss auch drin, der ist auch im Traitor. Oh. Ja, wer will, kann mich jetzt hier auch killen, ne? Weg von der Tür. Kannst du nicht einfach so jemanden umbringen? Das finde ich nicht okay da unten. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich weiß nicht, wie du meinst. Alter! Warte, Jacko, ich hing da hinten fest, ich kam da hinten nicht richtig raus. Ja, ich kam da hinten auf euch geschossen. Ja, ich hab's gesehen, ich hab mich schon gewundert, warum du nicht weggehst, weil wir hatten dich halt gerade noch so im Visier. Genau. Ja, ich raus. Genau. Kaum, wenn ich dir ein Freundchen gebe, dem Detektiv, meine Waffe, werde losgeschossen. Ja, das ist dann blöd. Ich hätte gerne eine Waffe, da ist eine Waffe. So, der ist ein Detektiv. Mischa ist Detektiv. Okay, dann muss ich weggehen. Der bringt mich nur oben. Mischa. Hallo, Jacko. Krill, warum läufst du mir nach? Krill, du machst mir Angst, hör auf damit. Das hast du ja auch verdient nach der letzten Runde. Garg, 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 garg. Okay, wo ist er? Marvin? Toll, toll. Hab ich den schon oder was? Ah, da, ne, der ist, äh, draußen. Draußen? Ah! Start! Aber in Headshot, boom! Boom, Headshot! Boom! Oh, Baby Triple! Mom, get the camera! Äh... Ja, ich bin... Hallo, ich bin hier! Ich bin beim Mischa. Alter, ich weiß... Warte mal, geh mal weg da. Weg da, weg da. Okay, er war Trader, alles klar. Also, ich bin 100%. Äh... Wolltest grad reinkommen, um den Kupfen zu snacken? Ja, dir kann man vertrauen. Äh, wer war Mischa? Dass er möglichst jetzt mal ein Trader ist, weil... Er wollte unbedingt mal an die Leiche reinschauen. Natürlich wollte ich mal an die Leiche reinschauen. Wer ist... Ah, Krian? Hallo, Teddy. Ah. Ja. Dir kann ich ja vertrauen, also von daher. Was ist los, Teddy? Ah, meine Tastatur hängt. Okay. Ah, nee. Ist das schlecht. Äh... Oh! Cloaking Device! Oh! Cloaking Device! Was fragt mich? Irgendwo bei mir hier gerade. Ja. Da ist er. Es ist Teddy. Zwei oder drei Traitor. Teddy, Teddy. Zwei oder drei Traitor. Teddy ist tot. Zwei, okay. Ja, zwei Traitor und eine Detekte. Äh, Mist. Äh, Kian? Ja. Nein. Das war noch. Ich hab dich noch gesehen, hab noch T. Da muss ich leider aufhören. Oh je. Oh je. Blink, Wolf, what is the news? Ich bin Detective. Ey, nein, nicht schon wieder. Verdammt. Ach komm schon, warum immer bei mir? Ich bin Detective, ich bin Detective. Ey, ich hab jetzt Alex angeschossen. Ne, doch, hast du. Wer war das? Das war ich. Wo bist du, du Sau? Ich will hier raus. Das ist der Ding. Was denn, was denn, was ist mit mir? Richtig, was haben wir? Oh, nö, ich bin zufrieden mit mir. Man schießt auf mich. Das war ich. Irgendwer schießt gerade mit der Shotgun. Das war der Micha. Du hast auf mich geschossen. Also ich kann's definitiv nicht gewesen sein, ich hab gar keine Shotgun. Für mich war's relevant. Hätte nämlich jemand Jago gekillt. Und ich war's nicht. Ich hab hier... Garg, steh nicht so hinter mir. Ich vertrau dir nicht. Ja, das... Ich hab nur Mischa gekillt, weil es sich so anhört, als hätte Mischa Jago gekillt. Na, ich glaub eher du hast ihn einfach so gekillt, weil du Traitor bist. Ne, ich hab die Leiche ges... Woo! Ich hab die Leiche gesehen und er war weggelaufen. Habt ihr schon geguckt? Also Jago hab ich hier confirmed. Hier drüben liegt noch wer. Detective. Und ich hör irgendwo ne Crowbar. Das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Oh no. Huch. Ey. Wie funktioniert das hier? Kann man irgendwie anhalten? Halt mal still. Teddy. Halt still. Tut garantiert nicht weh. Okay. Ducken ist unfair. Mann. Ey was... Jemand hat auf mich geschossen. Na, ich war's nicht. Ähm. Confirm please. Confirm please. Danke. Okay. Er war's auch nicht. Wer lebt noch? Ich. Gark scheint auch noch zu leben. Entweder Gark oder Krian, einer von beiden. Oder du bist der Traitor. Okay. Shit. Nein. Äh. Äh. Oh Gott, da kann ich... Meine Füße entzündet! Alle die ganz schweigen müssen, das ist nicht lustig. Oh Gott. Ich kann das noch 70 Minuten lang machen, hier einfach nur rumtouren. Du triffst mich nie! Du triffst mich nicht! Ich hole dich wieder! 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 Ich halte das noch durch, keine Sorgen! Komm schon, komm schon! Armer, armer, armer Krian. Selbst die Munition, äh, die karrt keine Munition. So, und jetzt nur noch mal zur Erklärung. Haltet euch doch einfach von den Gittern fern, wenn die Gitter runtergehen. Ja, ich bin, normalerweise spring ich immer schon durch, und diesmal bin ich halt normalerweise ein Tick zu früh los. Duckjump Hype. Und... Inno! Wer hat gerade Traitor gesagt? Da hat jemand Dete gesagt, du Babnase! Was, Traitor? Dete! Du hast Traitor gesagt? Alex ist Traitor. Äh... Du hast Musik! Du hast Musik! Ja, Ranky Musik! Du hast eine Musik! Nope! Achso, bist du! Da ist... Da ist... Ah, Garg... Das bist du, Teddy gewesen! Mit der Dubstep... Geile Musik! Das ist die Dubstepgang! Ist das der Teddy oder was? Ja, das ist... Garg guckt mich an! Das Teddy ist Traitor! Warum Garg guckt mich an? Und ich glaub, der Alex ist der... No, halt! Halt! Nein, ich bin kein Traitor! Warum hat der eine Dubstepgang? Warum schieß ich den? Hä? Okay. Also... Warum hast du mich angeschossen? Ich bin Dete... Alex! Hey, Ghost Dete ist der andere! WTF? Warum hat er denn hier umgeschossen gerade? Mann hat er nicht! Jaco ist es! Der hat von rechts oben runter geschossen! Ja, nachdem... Da unten einer umgeschossen wurde! Du hast den Dete abgeknallt! Nein! Ich hab den umgeschossen, der den anderen da unten umgeschossen hat! Jan, hör doch auf auf mich zu schießen! Ich bin's nicht! Ich schieß doch gar nicht auf dich! Wer sind das denn da oben in den Turm? Von rechts wird geschossen! Ich hab gedacht, das wärst du! Marvin ist es! Was? Ich bin's nicht! Ich bin unten! Du warst eben noch oben! Ich hab dich doch gesehen! Nein, ich bin unten! Ich hab dich doch eben noch gesehen! Okay! Hey! Zwischenwort! Ich bin bewiesenermaßen tot! Ich hab trotzdem mal ne Frage! Ähm! Hat der Dete auch nen Shop oder was? Ja! Ja! Das haben wir vorhin aber schon geklärt, glaubt! Ähm! Entschuldigung! Oh, wie cool! Das ist mir doch gar nicht aufgefallen! Wow! Was ist der Job? Die ist der Kappe! Ah! Wer ist denn überhaupt noch im Leben? Ich! Nach Bad Uhr! Wer ist ich? Ich! Ich! Ah! Okay! Misha! Ich tötet mich! Warum wurde ich gerade getötet? Nur weil ich denjenigen, der Dete angegriffen hat, irgendwie gerecht habe oder so? Jetzt muss ich erstmal was zwischenfragen! Krian! Keine Beschwerden über Random Kills! Und Blank Wolf! Warum bist du eigentlich immer noch nicht auf dem Server? Von rechts kam der Schuss und da steht Jocko! Und dann kam von rechts der Schuss und da war Marvin! Äh! Das war ich! Das war alles sehr verwirrend! Genau! Inno! Ich bin Dino! Ich bin mal wieder ein Nichts wie immer! Warte! Wer ist Dete? Krian glaub ich, oder? Direkt umschießen! Direkt umschießen! Ich vertraue dir nicht! Zurück! Krian, kannst du mir bitte irgendwas kaufen? So! Der Dete kann auch irgendwie so ein Gerät kaufen, womit du feststellen kannst, ob jemand Traitor ist oder nicht! Ja, aber das würde ich nicht nehmen, weil das ist ein bisschen zu extrem! Also irgendwer ist gerade oben im Turm und vertraut dementsprechend! Nein! Ich hab das fast schon zerstört! Achso! Ah ne! Das ist ne Munitionspackung, die da noch ist! Also liegen die Waffen oben? Ne, da oben sind nur... Da liegen auch... Ne, da liegt auch Waffen! Ich hab da mal ne Schrotze her! Ich bin hier mit diesem komischen Typen da! Ich kann seinen Namen nicht lesen! Das bin ich! Vor mir ist Mischa! Und Krian und Garg! Wir sind alle hier! Garg, wieso bist du wundet? Äh... Ich bin irgendwo runtergefallen! Hey, warum kann ich keine Wasser aufheben? Ich hasse, dass diese olle Leiter da oben auf die Mittelebene! Garg! Okay! Garg und Alex sind bei mir, wenn ich jetzt sterbe sind es beide! Auf jeden Fall! Ich geh jetzt einfach hier raus und gut ist! Aber hier draußen bin doch ich! Wo bist du? Ich seh dich nicht! Hm! Aha! Da hinten! Garg, warum bist du verletzt? Komm mir nicht näher, Alex! Hab ich schon mal gesagt, weil ich die Leitung übergefallen bin! Nee, 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 nee! Ich kann hier rumlaufen wo ich will! Freies Land! Komm näher, schieß dich um! Random Kill! Garg verfolgt mich ganz komisch! Random Killer werden gekickt! Deine Mutter wird gekickt! Nö! Garantiert nicht! Die haut nehm ich ganz schön fest dazu! Ich vertraue dem an mich doch! Teddy hüpft da irgendwie sinnlos rum! Trau dem Garg überhaupt nicht! Hi Garg! Moin moin! Hallo, ich denke! Trau dem Garg nicht! Kommst du da rein? Wir hören etwas backig! Oh nee, Garg, 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 Garg! Hä? Was? Wer? Wo? Nee, Garg war bei mir! Achso! Aktiv im Spielgeschäft eingreifen! Hier ist immer noch... Hier ist Marvin! Marvin, warum bist du hurt? Hey! Ja, weil ich auch runtergefallen bin! Ich bin von oben der Mauer runter auf den Tisch geknallt! Achtung! Wer ist das da hinten? Das ist Crean! Brown! Au! Kannst du kurz aus der Tür rausgehen? Nein! Äh, da ist... Ah Crean, okay! Der tut mir weh! Halt stehen! Crean, Crean, wir spielen! Ghostly rennt hinterm... Mike hinterher? Nee! Ah, ich bin mal! Alex, du wurdest gerade geschossen! Ja, das warst du! Nein, das war ich nicht! What the fuck? Wer hat geschossen? Wo ist mein Ziegelstand? Naja, Ghostly hat nur noch... Ghostly hat nur ne Pisse! Nein! Ich hab ne M16 noch! Alex, ich hatte so lange Chance, als du stillstandest, den Handy zu verpassen! Ich hab auf dich geschossen, weil dummer der Shotgun kurz auf mich geschossen! So, was ist hier unten los? Alle, die, 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 die... Ah! Verdammt, hast du runtergefallen! Hast du irgendeine Sache, damit du beweisen kannst, dass ich kein Traitor bin? Nein, hab ich nicht! Ich bin fast tot, ich bin wieder runtergefallen! Dann vertraue mir einfach! Dann vertraue mir einfach! Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den ich hier jetzt durchgehen muss! Wer ist das? Wer bist du? Ich bin's! Ich bin's! Achso! Die Leute wissen jetzt, dass ich mit dir unterwegs bin, also von daher... Ja, aber das sagt nicht viel, weil hier hören viele nicht zu! Komm, wir stellen uns einfach alle! Ich bin mit Crean unterwegs, der Ghostly, Mike! Wir stellen uns alle im Kreis auf und machen Mexikans! Kommst du da draus? Kommst du da draus? Goddammit! Kommst du da draus? Ich schlag dich gleich! Hi Crean! Hallo! Ach, da drüben ist der eine! Das ist der Chaco! Ey Leute, komm hier! Ich bin mit dem Team, Mike! Ich bin... Scheinst du, als würde noch einer eben, oder? Ja, wobei... Aber wer? Ich ja! Ah, nein! Goddammit! Sei verflucht! Okay, okay! Lauf, Schlampe, lauf! Nein, nein! Da hat jemand auf mich geschlagen! Ne, ne, ich hab rechtlich gemacht auf Alex, das... Wow! Drinnen wurde grad geschossen! Kean, warst du schon im DT-Chat? Äh, DT... Los! Lauf, Schlampe, lauf! Mehr Verletzter, was ist da los? Garg, warum bist du noch mehr verletzt? Weil ich wieder runtergefallen bin, hab ich vorhin gesagt! Natürlich, weil es dir Blut! Garg isst Fallobst! Ja, warum hast du eine Marbleu? Ja, oh, Alter! Ich hab mal keine Fähne! Warum liegt das Stroh auf dem Bord? Äh, Garg, warum hast du so wenig Leben? Weil auch noch dran auf mich geschossen wurde! Äh... Du warst es, Tedi! Ich erinnere, du! Tedi war's! Tedi war's! Tedi ist es! Mike ist es! Lies dich gleich ab! Mike ist es! Tedi ist es! Was laberst du? Was? Wo ist Mike? Da wurde grad jemand getötet! Da ist... Da liegt der Date! Warum schießt du dann auf ihn? Wer ist das? What the fuck? Weg, weg, weg! Oh Gott, ey! Pass auf! Da liegt der Date! Da liegt der Date! Pass auf von links! Hier ist Micha! Micha ist hier bei mir! Tedi, hinter dir ist noch einer! Ich hab die Prototype von Date aufge... Äh, Micha! Okay, er war's doch nicht! Dabei ein Gefühl ist es Micha! Warum? Keine Ahnung! Wer lebt noch... Wer lebt noch alles? Ich leb noch! Micha! Ich hab grad gestorben! Micha! Micha ist es! Oh, hi! Micha! Wo bist du? Micha! Ich hatte keinen... Ich hatte keinen... Lalalalalalalala... Micha, sehe ich das richtig, dass wir die letzten beiden sind? Einen zu! Ach, scheiße! Bis jetzt ist nichts passiert, Micha Traitor confirmed! 30 Minuten später! Micha, wo bist du? Ja! Micha, ich will doch noch nicht sterben, ich bin doch noch so jung! Hilfe! Puck! Oh! So ein Mist! Woop woop! Dabei hatte ich extra noch Zeit rausgeholt! Was ein Leichenhaufen! Micha, ich hab dir vertraut! Ein ganz großer Fehler bei TTT! Nein! Vertraue niemandem! Besonders nicht Alex! Nee, Alex darf man aber grundsätzlich nicht trauen! Also es hat jetzt nichts mit TTT zu tun! Auch in Starborn! Und... Malene! Inno! 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 ... entertainmentpad! Wer hat gesagt, wer ist Hetter? Mit Heter! Ich bin Hetter! Ich bin Hetter! Jap, ich bin das nicht alles ein bisschen, ahja... Ah% US$% ffff tsch действительно Kinder mit Kat также! Zurück, Livioshoa! Aaaaaah Hahaha One or two Weasley Das ist ein Levy aus Kreon Komm doch kuscheln Oh Kreon Kreon Komm, bleib bei mir Oh Kreon, wir müssen uns nicht umschießen Das macht mir jetzt aber Angst Nein Geh weg Ich bin hier oben mit dem Crush oder sowas Nächste Runde Wertung Nächste Runde Wertung Verdammt Crush will mich schlagen Wow Ne, wir stecken immer nach untereinander Soll ich euch mal schubsen? Das hat nichts mit Schlagen zu tun Schlagen ist linksklick Mit rechtsklick Kannst du Leute rumschieben Oh Wer schießt? Irgendwer hat da glaube ich gerade Teddy hat sehr knapp an mir vorbeigeschossen einmal Ja Okay Ja, der wächst sehr nah an den einen Schuss Teddy wirft Sachen Wer ist hier bei mir gewesen? Zeig mal deine richtige Waffe Ich hab nur die eine Ich glaub dir irgendwie nicht Tötet Garg Da liegen so viele Waffen Moment, ich hol mir jetzt noch Eis Das klingt als Zwerg Da ist Blut Ne, Mike ist noch hier Oh, Ghostly Ach, komm schon Er ist vor mir Hey, Ghostly ist vor mir Wenn du mir noch näher kommst, schieß dich Weil ich eine kleine Bitch bin und Giacomo heiße Ah, ich hab dich nicht umgeschossen Du hast aber damit bedroht Könnte irgendjemand eine Disco zu mir werfen? Ne, das bringt nichts Hatte ich auch schon mal Marvin, 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 ah Ja Ja, genau Härter Marvin, härter, fester, tiefer Marvin, Marvin Okay Okay Ja, gleichzeitig oder was? Ja Okay Kannst du deine Shotgun ruhig aufheben krieren Wer ist das hier alle? Ich will dich wegschubsen Ne, ne, ich hab mal ne Waffe Ich hab jetzt auch ne neue Waffe Also ich hab jetzt ne Shotgun Okay, jetzt häng ich noch komisch, oder? Ich glaube, wir sollten den einfach mal ausschalten, der da rumhängt Dann sieht dich wenigstens keiner Wer ist das? Teddy? Oh, das ist ne, oh, ganz böse Komm, Teddy mal versteckt, dann sieht ihn keiner Wow Wow, da hast du explodiert? Das war ne Bombe, oder? Wer ist das? Wer ist das? Ich bin gerade hier rein Ja, ich bin gerade Er ist tot Ich glaube, Teddy ist auch tot Hier liegt wer rum, das ist Ja, dann müsstest du Ja Das war Teddy Okay Hier hinten ist mich, aber mich ist badly wundet Mich aber ein bisschen badly wundet Das bin echt Keine Ahnung, ich wurde angeschossen Was war das jetzt? Okay, okay Das war ne Explosion, aber C4 kann's nicht sein, weil die anderen haben sich auch alle überlebt Hier ist auch wieder Teddy ist tot Wow Der Teddy schießt ja einfach wild rum Jop Gut gemacht Das heißt Marvin oder Alex dürften die letzten beiden sein Stimmt das Also einer davon Ja, mich ist auch noch am Leben, wenn man meint Hallo Ihr kuschelt da oben Ich in der Däte Hier drüben ist der Micha Mit seiner Jus Hier ist nicht der Däte, nein Das heißt der Alex ist der einzige, der sich gerade abgesondert hat, verstehe ich das richtig? Oder ist der schon tot? Alex, piep einmal Wie heißt denn Alex? Der wurde schon T-Crush Alex ist schon confirmed, der war schon tot Wann ist der gestorben? Keine Ahnung, auf jeden Fall, guck auf Tab, der ist confirmed Hier kann man sehen, ob eine Leiche noch nicht confirmed wurde Ähm, indem sie nicht, also wenn sie nicht bei dir unter confirmed death steht Dann Ah, da waren uninfizierte Leiche Ne, Alex war schon unter confirmed death Ja Okay, das heißt Micha oder Marvin Ich nicht Dann muss es Micha sein Das ist schon was Äh Zwar nicht Micha, das heißt es ist Marvin Nein Ich war die ganze Zeit mit dem Däte alleine, ich hätte ihn abschießen können Der ist wahrscheinlich jetzt schon tot Ne, der lebt noch Mike, sag mal bitte was Er ist tot, du Dreck Du bist echt ein Arri Hast ihn einfach rumgebracht Ne Wie kannst du nur? Wie machst du sowas nur? Warum? Oh nein, nein Nein, 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 nein Oh Geht Sorry mich, ja Geht 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 Leute, lernt mal lesen, ich war confirmed tot Ja Hey Alex, ich trau dir auch nicht, wenn du confirmed tot bist, ja Was krass ist, ich hab jetzt gerade wirklich geglaubt, er wär's nicht Ich hab gerade gewonnen, er habe ich so Hey Blankwolf ist da Ja Und Ästhete Boah, geht der gleich los hier Ästhete Herzlichen Glückwunsch, für die letzte Runde das nochmal mitspielen Ja, by the way Ich bin kein Traitor Dann ist es nicht die letzte Runde, würde ich mal hoffen Ich bin ein Traitor Stimmt Ich bin in 2 Minuten 30, ich hab ja Will jemand tauschen, Teddy will zu tauschen, ich hab ne huge Klar Entschuldigung Habe ich dich angeschossen? Weil mit der huge, äh, das ist ein Witz, kannst du ja nichts machen Ich weiß nicht, warum wir die noch drin haben Wow Ach so, das ist Teddy, damit sei der huge spielt Ja auch mit deiner huge zu spielen Fuck Der Teddy macht nabgarten Ich hab jetzt gerade voll Blutzwecke hinterlassen Der Teddy macht nabgarten Äh, rauchgemaßt Nö, ich will nix mehr, wo ist Teddy hin, oh my god Oh my god, ist hier irgendwo noch wachen? Ähm, ja, im Turm in der Mitte konnten noch welche sein Oh, fast auf die Klasse Oh, der ist da gefallen Oh, äh, Mike Oh, nochmal gefallen Musst übrigens aufpassen, du musst da mit Schwung hoch und direkt drinnen, sonst kommst du da nicht hin Äh, ja, hab ich schon gemerkt Ah, wo ist nur noch Mike Warum schießt du? Alter, du stehst im Weg Okay, warte, ich geh nach dir hin Wow Oh, das war so, was war Teddy ist tot, ist da runtergefallen Ah, was ist los, sprichst du's mir? Nein, ich finde das ein Nötigstück Der Teddy ist da so geil runtergefallen gerade Stopp, nein, sorry, sorry, äh, stopp Verfluchte Scheiße Was war Mike? Aber soviel dazu Also mit neun Leuten haben wir drei Traitor Leute, nicht die letzte Runde Stimmt Das heißt Marvin ist jetzt Traitor Nein, 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 nein Das gibt noch mal eine Runde Äh, Blank, du bist übrigens gemutet Ja Hab ich gemerkt Und... Hallo Der Teddy hat mich direkt angeschossen Ich hab noch 88 HB Töten, ich erlaub's dir, ich bin die Töten und sag, du darfst das Juhu Ey, es ist wirklich Teddy, wo bist du? Teddy, wo bist du? Teddy ist da solchen töten? Ah, ja, darfst du, oder? Pass ist kaputt, oder? Ja, hab ich gerade kaputt, oder? Ich bin die Töten Das ist Marvin Ja, ich bin die Töten, lass mich know Ich wollte nur gucken, wer da ist Irgendwas runter ist Der... Ja, er ist das... Er hat C4 runtergeschmissen Ja, ja Ja, wo ist er denn? Ja, er ist so ins Seitentower hochgegangen Das war Munition Also, es ist nicht wahr, es ist doch C4 gewesen Ach, bist du... Warte Das ist Munition Mein Tower Hey Da drüben ist Alex Da ist jemand tot Er war innocent Äh, hier ist irgendjemand tot Ja, Teddy, wie bevor... Ähm... Ah, der Garg Terrorherrschaft des, äh, Marvin läuft Ja, also, äh... Mike, du tötest jetzt ein bisschen Giacomo im Turm, weil... Der hat glaube ich mein Ohr gebracht Ich hab keinen umgebracht Wem soll ich töten? Töt ihn Ich komm mit meinem Turm wieder umgeschossen Ich möchte mal ganz dezent die Vermutung stellen, dass es Alex ist Er hat einen Sniper in der Hand Hallo Nein, das ist keine Sniper Das ist eine M16 Töt ihn Töt ihn Ja, wem denn? Ich frag schon die ganze Zeit, wem Marvin ist ihm wirklich gar gar nicht Also, Mike, Mike, du suchst jetzt einfach, äh, Alex und tötest Alex Krian? Äh, Krian? Ja? Warum wurdest du schon angeschlagen? Wer ist das da? Ich wurde direkt nach dem Start vom Teddy angeschossen Ähm... Warum bist du schon verletzt, junger Mann? Wer ist das bei mir? Äh, das... Das bist nicht du nochmal gewesen Da ist jemand im Tower, der noch hangt Ich bin in der Mitte Krian ist verletzt Da, Black... äh, Blankwolf Was ist das mit mir? Warum bist du verletzt? Weil ich keine Treppen laufen kann Achso, okay, nice, okay Schwierig in der heutigen Zeit, ne? Ja, ja Das kommt mit dem Alter Ja, ich hab was schießen gehört Ja, das wär ich Ich wollt gucken, was ne USP ist Ein Spielzeug Ähm... Da oben ist Blut im Turm Äh... Krian? Da oben ist Blut im Turm Geh da bitte mal nachschauen Im rechten und der linken Da links Links Alex, du gehst bitte mit ihm Bin bei mich Da ist auch... Ich glaub, Ghostly ist da hochgegangen Ja, hier ist ein toter Garg Ja, den hab ich aber schon Ah... Okay, okay Dann mischa das noch bei mir? Oh, hier geht's da raus! Und... Sehr gut, bis bei mir Übrigens... Ich geh nach Hause Ich hab'n geschenkt für dich Du bist du? Ja, ich hab'n geschenkt Ich hab'n geschenkt, wirklich Du bist du? Bist du hier? Nee, das ist Alex Hier! Pünktlich, pünktlich dazu, dass wir jetzt Ja, jetzt, 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 jetzt TTT-Spiel kommt natürlich auch mal ein Java-Update Oh! Okay Okay Äh... Ja... Das seh' ich eigentlich ganz genau so Äh... Ich trau' dem Crush nicht Mischa! Mischa, geh weg! Weg! Ich hab grad ne gesilencete Waffe gehört Ja, das ist Alex Nein! Ich hab' immer noch ne M16 Ich bin alle weg von mir! Alle weg! Mike, geh weg! Weg! Nicht identif... Geh' einfach weg! Einfach weg! Identif... äh... Warum hast du Krieger getötet? Ich weiß nicht, geh rein! Ich weiß nicht, geh rein! Ich weiß, dass er getöt... äh, gestorben! ABP Äh... Mike, geh' weg! Oder ich töte dich! Du darfst mich nicht einfach random töten! Okay, töte mich! Dann bist du mit den, äh... Traitern alleine! Töte mich! Kann, könnte ich machen! Lass mich jetzt töten! Ja, soll ich! Es geht nicht auf mein Karma! Töt mich! Hier! Danke! Setz dich mal da hin! Komm mit, komm mit, komm mit! Headshot! Fertig! Nee, komm mit! Nee, ich brauch zwei oder drei Schüsse dafür! Du setzt dich jetzt hier hin und bleibst hier! Du, du, du sitzt jetzt in der Ecke! Ich brauch's jetzt nicht bei mir krachen! Alex und... Renko? Ich glaub, die, die beiden sind Traitor, weil... Das wär logisch! Ich glaub aber auch, die sind auch schon die ganze Zeit irgendwie zusammen! Ja, du dachtest... Ah, der ist noch ein dritter! Töt sie! Ich soll nicht jeden töten, den du sass oder wie? Ich unterstütz dich, wenn du sie anschießt! Los! Es geht aber auf mein Karma! Na und? Beste Runde ist egal! Also ich bin innocent! Also wenn die drei Traitor wären, dann hätten die uns locker gerade weggeballert! Zwei! Zwei! Ja, da sind aber drei! Wir haben drei Traitor! Also die drei sind Traitor! Also außer... Muss er! Richtig! Ich bin innocent! Wenn Giacomo's in sich ist und Mike's in sich ist, und Mike's in sich ist, dann sind's die anderen nicht! Ich weiß nicht, ich möcht's gern versuchen, aber das... Mach einfach! Karma, das ist Karma! Wo sind die denn? Wo sind die denn? Ne, ist die letzte Runde, dann wird sowieso wieder auf 1000 gesetzt! Desto weniger Karma du hast, desto... Ähm... Weniger Schaden macht man! Genau! Da ist gerade mal gestorben, also alle anderen Töten... Ja, das war Micha, Micha war Traitor, da ist der Nächste! Ghostly ist der Nächste! Oh, hä? Von wo, hä? Ah! Okay, Alex ist auf dem Turm! Okay, der war innocent! Alex ist auf dem Turm! Okay, jetzt bin ich wirklich allein mit den Traitern! Danke! Äh... Ja, toll! Ich hab... Ich hab doch 100 HP hier, sonst wäre ich euch... Äh... Für euch, mich zu töten! So gut, weiß ich ja, wo ihr seid! Da, ich einen Radar besitze! Ha! Lappen! Ja, du Lappen, sorry! So viel zum Thema 100 HP! Ja, nah dran! Ghostly, warum hast du nur auf mich geschossen? So, mach mal die Verabschiedung! Dete sagt die ganze Zeit, töte alle, die du siehst! Ja, Marvin ist ein schlechter Dete! Bester Dete aller Zeiten! Ciao, ciao! Auf Wiedersehen! Bye Leute! Ciao, ciao! Tschüss! Das geht! Oh, da schlötes Wind an! Ja, das ist jetzt nicht... Vielen Dank.